Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Conny Canarias und Spanisch mit Conny. So, weiter geht es mal wieder mit den Zahlen. 21, 21, 22, 22, 23, 23, 23. 24, 24, 25, 25, 26, 26, 27, 27, 28, 28, 28, 29, 29, 29, 30, 30, 30, 31, 31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 34, 34, 35 36 37 38 38 39 40 40 40 Noch ein paar kurze Fragen. Was musst du einkaufen? Que tienes que comprar? Que tienes que comprar? Ich muss Fleisch, Obst und Gemüse kaufen. Tengo que comprar carne, fruta y verdura. Tengo que comprar carne, fruta y verdura. Fleisch ist sehr teuer. La carne es muy cara. La carne es muy cara. Ja, aber Fisch ist auch nicht billig. Sí, pero el pescado tampoco es barato. Sí, pero el pescado tampoco es barato. So, das reicht für heute. Vielen Dank, muchas gracias y hasta mañana. No 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 No